In seiner ersten Weihnachtsansprache als Bundespräsident hat Joachim Gauck die Menschen in Deutschland zu einem solidarischen Miteinander aufgerufen und auf die weitgehend gute Lage in Deutschland verwiesen. Ja, wir wollen ein solidarisches Land. Ein Land, das den Jungen Wege in ein gutes Leben eröffnet und den alten Raum in unserer Mitte belässt. Ein Land, das jene, die seit Generationen hier leben, mit jenen verbindet, die sich erst vor kurzem hier beheimatet haben. Deutschland hat die Krise bisher gut gemeistert. Verglichen mit anderen Europäern geht es den meisten von uns wirtschaftlich gut, ja sogar sehr gut. Zudem ist Deutschland politisch stabil. Radikale Parteien haben nicht davon profitiert, dass ein Teil der Menschen verunsichert ist. Zudem ist Deutschland verunsichert, dass ein Teil der Menschen verunsichert ist. 備